Und hier geht's weiter. Hm. Muss ja auch irgendwie noch was sein. Und dabei wollte ich eigentlich heute noch Minecraft aufnehmen, wisst ihr? Das kann ich, glaub ich, auch knicken. Weil wenn ich jetzt um die Uhrzeit schon so tot bin, wie will ich denn dann bis 22 Uhr durchhalten, bis ich dann ins Bett gehe? Könnt ihr mir das mal beantworten? Hey. Eine Ziege hat Bock, viele Ziegen haben Böcke. Kannst du mal sterben. Nein, das kann's doch gar nicht sein, oder? Nein. War das eben? Bitte. So. Levelaufstieg. Genau. Damit steigen wir nämlich auf diesen Level auf. Wir müssen ja für Fidget auch ein bisschen was tun. Wo sind wir eigentlich, auf welchem Level? Ich hab gar nichts mehr großartig mitgeschnitten hier. Irgendwie bin ich die ganze Zeit in so einem Dämmerzustand gewesen. Ich hab gelabert, 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 aber irgendwie... ...war ich dann doch ziemlich geistesabwesend. Aber manchmal, wenn man geistesabwesen ist, kann man die vernünftigsten Gespräche führen, über die vernünftigsten Themen reden. Ey, Alter, warum sind die jetzt auf einmal alle so stark? Das darf's ja eigentlich gar nicht sein. Und wir haben Vergiftung. So. Okay. Und tot machen. Aha. So. War mir eigentlich schon so weit? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, hier waren wir. Und hier kam, glaube ich, die Stelle, wo wir dann gestorben sind. Oder auch nicht. Nee, wir bleiben auch hier oben erstmal. Ich hätte ja jetzt zurückgehen können. Gut. Dann sind wir aus dem kritischen Bereich auch wieder raus und... ...brauchen wir uns da keine Platte machen. Okay, hier ist noch einer. Ach du, ich kann grad nicht. Ich bin am zocken. Zocken. Weiß ich mal, wenn die Leute einem Nachrichten schreiben. Ja, weil man nun mal 24 Stunden online ist. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da bin ich auch selbst mit dran schuld. Bei Facebook bin ich 24 Stunden online. Heißt aber nicht, dass ich da auch mit jedem schreibe. Ich sag mal so, die meisten Zuschauer, die nehm ich sowieso nicht auf, äh, in die Chatliste rein. Weil ich da einfach nicht den Nerv drauf hab, so oft angeschrieben zu werden. Ich schreib zwar gerne, aber nicht so oft. Und dann vor allen Dingen auch nicht mit so vielen Leuten. Und dann suche ich mir die Leute auch selbst aus. So, ich hab übrigens, bevor ich die Aufnahme gestartet hab, hab ich schon wieder etliche, etliche Nachrichten und Anfragen hier auf Xbox Live gehabt. Ich so, Leute, lest euch meine Bio verdammt nochmal durch. Warum raffen die das nicht? Weißt du, wenn die schon so schlau sind und mein, äh, mein Gamertag aus einem Video, äh, in einem Video herausfinden, dann soll die gefälligst zusehen. Was? Achso. Autsch. Ach, jetzt sind wir auch vergiftet, okay. Nee, ähm. Ah. Jetzt raffe ich diese Teile erst. Und wir sind wieder vergiftet. Scheiße, wir haben bald keine blauen Pilze mehr, wenn das so weitergeht. Ach, cool. Ich finde das ja schön, wenn wir da so mit Lebensenergie beschossen wären. Ich würde sagen, wir nehmen uns nochmal 5 dazu. Die haben wir. Da nehmen wir noch einen von. Den haben wir. Und dann legen wir hier mal den Polierten an. Und hier legen wir auch den Polierten an. So, das läuft dann nämlich vielleicht besser. Ich weiß nicht, ob das groß was ausmacht. Das wäre eigentlich gerade auch ziemlich egal. Okay. Speichern. Ja, wir speichern. Okay. Hat durchaus was. Gut. Gut. Autschen. Haben wir alles? Und ich wollte einfach mal dumm dran vorbeigehen. Aber wir wissen ja, dass das nicht klappt. Wir kommen hier nicht durch. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Irgendwie muss man ja da durch. Ja, wieder die Kette zerbrochen. Wie immer. Okay. . Okay. Hm. Ah, okay. Ja, geil. Ich würde sagen... Ich würde sagen, wir werden das für heute erstmal beenden, damit ich das noch eben schneiden und hochladen kann. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssi. Ja. Ja.